... Sieger auf Warte 2, den Streiterluka aus Thaler. Auf Warte 2, freundlichster Kampf, Nummer 84, Fächerl-Hauser gegen Halstein-Wagnet Leipzig auf Warte 2. Vorbereiten kann sich dann Sparfuß William Götnitz gegen Chasisch-Paulen-Blau. Er schreibt dann in die dritte Runde ein. Arbeiten mitmachen! Ja, Mann! Du musst dich beschäftigen! Jawoll! Und immer noch wieder aufreißen! Die Gold! Und wieder! Und wieder! Und dann auch selber mal ranreißen! Jawoll! Ab! 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 So, auf der Mal 1 geht es weiter im Vergleich zwischen Brandl und Schermessau. Und ausgeschaffter Willi aus Chemnitz bezwingt den Ball entscheidend auf Schultern. Sieger, Schmalkus, Chemnitz. So, Mitte 2. Die Barung Jontas aus Berdau gegen Jonny Gulig aus Gelenau. Und denkbar knapp noch auf Mathe 1. Darum gleich zwischen Brandl und Schermessau. Bereithalten sich für den Kampf nur 87, 50 Kilogramm. Drechsel gegen Eichung. Bereithalten. Gut passiv. Gut passiv. Gut passiv. Gut passiv. Jetzt der Anstreng. Ein, 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 hopp. Einer, Jona. Zum André, Eichhierring, Jonas. Tief, tief, tief. Nichts weht, heinkriegen Sie. Gut bewegen. Schmerzen. Schmerzen Sie. Haben Sie. Zwei davon. Komm벌. Herr Jona, reiche hier, Madame. Komm rauf. Jetzt, weiter, weiter. Ah, alle da. Ruhig bin. Ruhig, ruhig, ruhig bin. Und dann wieder ins Nummer 2-Serie wird Jonny Ullig aus Genenau, Sieger über Juntos aus Werderau. Soweit der Kampfnummer 87, 50 Kilogramm wechselt. Ein Eichel-Campels zur Nummer 2. Beinandriff, aber mit Vorbereitung, nicht aus der kalten Wand. Trexel, Eichel-Campels, bereithalten sich in der gleichen Gewichtsklasse die Sportfreunde Tim, Franzke, Zödnitz, Zedwig Hofmann, RC Chemnitz, bereithalten. Und Zeit Nummer 1. Hier wird heute Vorherzeit. Also, Punkt-Sieger am heutigen Tag Finn Brandl über Jonas Scherweser. Somit komplett wieder... ...